so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es das big family star set von pyro trade das habe ich für 10 euro bei colourful pyro gekauft im shop in chemnitz und ich dachte 10 euro kann man doch mal machen ich weiß nicht wo das hier draufsteht hier steht einzeln im aber auch gesamt und zwar hier oben 157 gramm und ja der kauf kommt war mehr oder weniger eigentlich die pyro trade raketen weil hier sind die iridium drin und die tagen sind das die titan wahrscheinlich glaube ich und die hatte ich noch nie deswegen wollte ich die mal testen weil die ja so einen guten ruf haben bisschen kleinkram ist ja auch drin leider sehr viel knallerbsen wie man das hier sehen kann und hier ein paar meteorite rölys und blitzlichter aber trotzdem gucken wir uns jetzt mal das big family star set von pyro trade an und ich wünsche euch ganz viel spaß big family star von pyro trade ich würde mal sagen wir fangen mal an mit einem kleinen schnulli und das glorreichende ende werden natürlich die rakete sein ah je so komm 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 ja 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 komm komm schon komm schon ja ja das erstmal nochmal und julian style alter ach so weit die röhre da dran das ist doch ganz rein das ist doch ganz rein ah preschlinge preschlinge gucken wir mal äh der feuermangel das ist einfach nur hier so guck mal was die sagen ganz normale meteorite leute nichts besonderes werden wir noch eine massenvermichtung starten denke ich mal aber relativ schlecht sogar muss ich sagen die crackle echt nicht doll lang machen wir mal eine massenvermichtung so macht das schon mehr spaß ich hätte es gedacht die raketen gehen hatten so leute bombige knallerbsen lassen wir natürlich mal weg und hier mega also mega knallerbsen die müssen wir probieren alter oh mein gott guck sie dir an naja machen wir mal noch die disco blitzer und die speed dancer den mann wir fangen mal an mit den disco blitzer auch hier würde ich sagen zu mir mal ein paar sorry für die dreckigen hände aber leute es ist der warte da dann machst du sie alle planen ja länder zu einfach mal mal gucken wie lang die gehen ja die sind aber normal relativ normal für kat 1 halt ne machen wir doch alle zusammen und jetzt noch vier stück das ist krank das ist krank sehr schick jetzt gibt es die speed dancer mal gucken dass die vier also das könnte ich mir nicht das ist auch der fall guck mal ob die sich hier in der luft drehen am boden drehen ist ja gras das machen wir in der luft das ist deutlich besser die werden sich wohl kaum drehen ein bisschen aber der nette assistent hier wird die jetzt mal für euch in der luft machen ja immer weiter die leute wollen natürlich was sehen aber auch ganz normale boden wirbel wie man sie kennt und weiter geht's so röhlich sind auch noch drin 20 schuss habe ich gerade gesehen das ist ganz schön gras eigentlich zieht man selten ach wie dreckig machen wir jetzt gleich beide sind es beide? ja rot und grün nur aber 20 schuss also die ziehen sich bestimmt ein stück und der hübsch naja das war's mit der st karte genau das ist mein statement das schönste und zwar die raketen wir haben hier die iridium nochmal iridium 6 iridium 6 iridium 6 und zweimal die iridium 5 ne titan titan oder hast du ein iridium ne 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 also machen wir mal die titan aber nur eine erstmal ich hab jetzt hohe erwartungen die farben sind schick ja aber machen wir mal jetzt hier ne dings iridium 6 und dann alles auf schlag würde ich sagen die iridium haben doch diesen guten ruf war das nicht so? die kleinen fallen ja das sind ja die kleinen also schick 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 so und dann machen wir noch die raketen jeder eine würde ich sagen oder? ja genau 3 warte mal was hier wieder runter da 2 1 ah die sind schick also ich habe es für 10 euro gekauft wenn ihr es auch so bekommt kann man sich das gut egal nochmal mitnehmen vor allem die pyro trade raketen sind äußerst schick und ja halt ganze familie wieder was dabei und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video und tschüss tschüss fahre durch die nacht wie ein phantom bullen hinter mir sitzen im lambot